Sie haben wieder genau richtig eingeschaltet zu unserem Perl TV Energieratgeber und es dreht sich hier um Solarenergie, das ist ja momentan glaube ich das Thema schlechthin. Man möchte nämlich einfach seinen eigenen Strom oder seine Stromrechnung auch ein bisschen entlasten und da haben wir jetzt vier verschiedene Pakete für Sie und wir haben sogar noch eine Sonderaktion, also es lohnt sich wirklich heute hier dran zu bleiben und nichts zu verpassen, weil Sie können hier nämlich immer noch ein Produkt für nur einen einzigen Euro mitbestellen, also Ingo ich finde das fantastisch. Ja das ist eine Aktion, wie wir sie noch nie gehabt haben, ich bin drei Jahre hier, sowas habe ich noch nicht gesehen. Jedes dieser Produkte, was Sie für einen Euro dazu bestellen können, ist ein Saisonprodukt und natürlich kostet es normalerweise deutlich über 100, das eine sogar über 200 Euro. Aber wir spannen Sie noch ein bisschen auf die Folter damit. Es geht natürlich im Energieratgeber primär um Energie. Vier unserer größten Pakete kann man fast schon sagen, haben wir hier mal für Sie zusammengestellt. Und Moni, wir haben hier jetzt eine Kombination aus Solarpanel und Stromspeicher. Das ist etwas, wo man normalerweise ein bisschen immer Berührungsangst hatte. Wie geht das mit Solar? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Solarenergie höre oder Technik, da denke ich immer, ich brauche erstmal ein Studium. Dann kann ich das irgendwie vielleicht gar nicht anschließen. Ich weiß gar nicht, wie ich das installieren soll. Aber ich sage Ihnen, das ist wirklich richtig einfach. Gerade hier bei unserem ersten Paket. Das ist natürlich auch noch richtig praktisch, weil das Solarpanel natürlich auch so mobil ist zum Mitnehmen. Ja, es ist alles super mobil. Reden wir gleich mal über die mobile Lösung. Sie sehen hier zwei verschiedene Bestellnummern bei den jeweiligen Produkten. Da haben wir einmal eine 19% Mehrwertsteuervariante, wie wir sie alle kennen. Alles kostet 19% Mehrwertsteuer. Und wir haben eine 0% Mehrwertsteuervariante. Das ist Ihr Vorteil. Die Bundesregierung, die fördert diese Solaranlagen. Und das ist eine komplette Solaranlage, was wir Ihnen hier gleich vorführen werden. Und da gibt es aber bestimmte Bedingungen. Und Sie müssen nur entscheiden, wofür setze ich jetzt mein Paket ein. Ja, hier sehen wir es mal. Besteuerung von Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf je nach Gebrauch. Und da gibt es seit dem 01.01.2023 ein neues Jahressteuergesetz, was wie gesagt zum 01.01. in Kraft getreten ist. Und das besagt, dass Sie hier mit der 19% also wie sonst auch gern bestellen können, wenn Sie es mobil nutzen an Gewerbegebäuden oder gewerblich genutzten Objekten im Camping oder auch Bootsbereich im Schrebergarten natürlich auch. Oder vielleicht haben Sie auch ein Ferienhäuschen im Ausland. Dann bitte mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. In dem Fall wäre das immer die Bestellnummer mit der ZX am Anfang. Aber jetzt sehen wir auf der anderen Seite die 0% Mehrwertsteuervariante. Und das ist richtig interessant jetzt für Sie. Wenn Sie es nämlich am privaten Wohngebäude oder auch an angrenzenden Objekten anbringen, zum Beispiel dem Carport oder auch mal dem Gartenhäuschen und die Gesamtleistung aller vorhandenen Anlagen 30 kWP nicht überschreitet, dann dürfen Sie hier gerne die 0% Mehrwertsteuervariante bestellen. Das wäre dann immer die Bestellnummer mit der MW davor. Und das lohnt sich natürlich auch richtig. Aber ich muss auch sagen, hier bei unserem ersten Paket, das ist ja so praktisch klein zum Mitnehmen. Natürlich auch mit der 19% Mehrwertsteuervariante, zum Beispiel im Schrebergarten, wenn Sie zum Beispiel auch einen Campingurlaub machen, ist das wirklich mal richtig praktisch. Ja, ist fantastisch. Man hat eine mobile Solaranlage, ein mobiles Kraftwerk. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sehen das Solarpanel, das liefert Ihnen hier richtig viel Strom mit 110 Watt. Das wird einfach hier reingesteckt in unseren Stromspeicher und der Strom steht Ihnen dann zur Verfügung. Und wird solar erzeugt und lädt sich im Prinzip immer wieder neu. Sie können damit autark unterwegs sein. Und Diana, unterwegs, du sitzt da in so einem Zelt. Gefällt dir Zelt? Bist du großer Campingfan? Ja, das gefällt mir, ehrlich zu sein. Ich habe schon viel über Camping gehört, aber ehrlich zu sein, ich finde, das ist nicht meins überhaupt. Weil dort, du kriegst keine, diese Sachen, wenn du hast zum Beispiel eine Wohnung, dein Haus, wie zum Beispiel, du kannst dein Handy dort nicht laden, du kannst zum Beispiel keine Musik haben, Licht und so weiter. Aber mit unserem Powerbank, ich glaube, das ist alles möglich. Ja, das ist ein Akku, der sich immer wieder selber lädt. Und Sie sehen das hier vorne, haben wir diese ganzen Anschlüsse. Wir haben USB-Anschlüsse, wir haben 12-Volt-Anschlüsse und natürlich die Königsdisziplin, die 230-Volt-Steckdose, die Sie jetzt mobil mitnehmen können in den Campingurlaub. Und dann können Sie eben tatsächlich all die Geräte, die Sie von zu Hause kennen, jetzt mobil benutzen. Ob das im Camping ist, im Schrebergarten, das sind alles diese 19-Prozent-Anwendungsbeispiele, die wir Ihnen hier eben vorstellen wollen. Dafür ist das ideal. Wir zeigen Ihnen gleich natürlich auch noch, was Sie alles mit dem Festeinbau machen können. Aber ich wollte Ihnen hier eben mal jede einzelne Anwendung mal pro Powerpack ganz genau erklären. Sie können alles mit allen Powerpacks machen. Da sehen wir die USB-Ports. Klar, wenn man unterwegs ist und das Handy ist alle, dann ist der halbe Spaß schon mal weg. Mindestens würde ich sagen, den 12-Volt-Anschluss vielleicht für eine Kühlbox. All diese Sachen können Sie jetzt tatsächlich mobil betreiben. Und das komplette Kraftwerk hier kostet deutlich unter 1.000 Euro. Wir nehmen mal diesen Stromspeicher hier. Der wiegt nicht viel, der wiegt 7 Kilo. Können Sie ganz locker tragen. Ist ungefähr so groß wie ein Kosmetikkoffer, würde ich sagen, oder? Gib mir. Nein, das ist viel schwerer als Kosmetikkoffer. Kosmetikkoffer ist schwerer, sagst du. Ja, das stimmt. Und kann ich zum Beispiel meine Musik hier anmachen? Ja, wir haben hier eine fette Stereoanlage neben Diana hingestellt. Sie sehen, die springt an und gleich können wir Musik hören. Das sind Sachen, die kann man normalerweise nur mit einem Gerät machen, was dann diese teuren D-Batterien frisst. Die sind, hält es vielleicht mal drei Stunden. Hier werden sie immer konstant mit Solarenergie versorgt, die Ihnen dann zur Verfügung stehen. Ist das nicht genial? Das ist fantastisch. Man kann jetzt draußen sein und trotzdem alle seine elektronischen Geräte einfach mitnehmen. Man muss auf nichts mehr verzichten. Vielleicht hatten Ihre eigenen Kinder immer nicht so Lust, weil man kann da vielleicht sein Handy nicht laden, wenn man auf einen Campingurlaub geht. Aber jetzt können Sie auch Ihre eigenen Kinder oder vielleicht auch Enkelkinder mal mitnehmen und überzeugen. Weil hiermit bleibt wirklich jede Möglichkeit hier offen. Sie können wirklich alles anschließen. Und das so klein praktisch zum Mitnehmen wiegt nicht viel, haben wir auch gerade gehört. Und jetzt zum Beispiel wie Diana am Zelt sitzt und ihre Musik hört. Also ich finde das wirklich richtig klasse. Ja, es macht richtig Spaß. Da können Sie eben jetzt diese Geräte alle anschließen, ob das jetzt Musik ist. Sie können sogar einen Fernseher anschließen. Alles, was bis zu 1000 Watt hat, können Sie hier anschließen. Und unser Fernseher hier im Studio hat so 150 Watt. Das heißt, ich kann hier 1, 2, 3, 4, 6 Fernseher anschließen. So viel Strom ist hier drin. Das ist so meine Ansage. Ist das nicht unglaublich? Ja, das ist wirklich gewiss. Auch mal im Schrebergarten. Wissen Sie, die meisten Schrebergärten haben keinen Strom. Das liegt bei denen in den Richtlinien immer drin. Aber jetzt kann man eben Strom in so einem Schrebergarten haben. Dann kann man Samstagabends mal die Sportschau schauen. Man kann sich mal mit seinen Freunden zusammensetzen und Musik hören, Licht haben, seine Mobilgeräte laden. All diese Sachen gleichzeitig hier. Alle diese Anschlüsse können Sie gleichzeitig benutzen. Unser Regie-Team hatte das sogar letztes Jahr mit im Urlaub. Genau dieses Paket hier. Guck mal, sieht das nicht gemütlich aus? Sieht richtig schön aus. Der Sonnenuntergang, den Sie dort angeschaut haben. Der uns immer noch Strom liefert. Stimmt. Ja, das ist so eine Sache. Den ganzen Tag über wird das geladen und du kannst den Strom benutzen. Der kostet dich nichts. Und du hast halt wirklich, egal wo du bist, auf der Welt Strom. Und bist stromautark, sage ich mal, weil es ja immer wieder aufgeladen wird. Du kannst da tagelang, wochenlang, monatelang unterwegs sein, ohne jemals eine Steckdose zu brauchen. Außer die, die du dabei hast hier mit deinem mobilen Powerpack. Und das Solarpanel ist ja nun auch mobil noch dazu. Also ganz fantastische Anwendungen hier, entweder im Schrebergarten oder mobil im Campingurlaub oder einfach mal an Baggersee. Ihr seid auch, ihr geht wahrscheinlich auch noch an Baggersee. Auf jeden Fall, ja. Auch da wäre es natürlich eine super Möglichkeit, nicht nur so eine ganz normale Powerbank mitzunehmen, sondern wirklich mal was, wo man viele Geräte anschließen kann. Zum Beispiel für kalte Getränke natürlich. Auch noch die Kühlbox. Dann Musik darf nicht fehlen. Dann sind natürlich ganz viele Handys, die geladen werden wollen. Das zieht ordentlich viel Strom, aber natürlich auch gerade im Sommer kann man dann hier das Solarpanel wieder nutzen und einfach hier die Powerbank wieder aufladen oder beziehungsweise hier unseren Strom speichern. Das ist wirklich super. Ja, du kannst hier, das hat auch eine ordentliche Kapazität hier mit 800 Wattstunden. Das heißt, so lange kannst du deine Geräte hier dran betreiben. Also unser Fernseher zum Beispiel, ein normaler Fernseher, sage ich mal mit 150 Watt, den kannst du hier locker vier, fünf Stunden richtig laufen lassen. Unglaublich, das Angebot hier. Ja, richtig fantastisch. Unsere erste Kombination mit einem Solarpanel und natürlich hier unserem Stromspeicher können Sie, wie gesagt, in zwei Varianten bestellen. Wenn Sie es grob gesagt mobil nutzen, dann bitte hier mit der 19% Mehrwertsteuer. In dem Fall wäre das die Bestellnummer, die ZX3213 und die 569. Oder für Privat natürlich auch praktisch mit der 0% Mehrwertsteuervariante, mit der MW 1105 und der 569. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Sonderkontingent, hier unserer Sonderaktion. Jetzt können Sie nämlich für nur einen einzigen Euro einen Luftkühler direkt mitbestellen. Und das macht jetzt gerade im Sommer Sinn. Und den kann man dann auch mit dem eigenen Strom, den man hier eingesammelt hat, beschreiben. Ja, das ist unglaublich. Wir haben diesen Luftkühler, der kostet normalerweise deutlich über 100 Euro. Den können Sie jetzt in unserer Sonderaktion für einen Euro mehr mitbestellen. Luftkühler ist natürlich die ganz, ganz große Erleichterung jetzt im Sommer, wo es so warm und stickig ist. Hier kommt kalte Luft raus, die Ihnen Abkühlung verschafft. Diese Geräte sind unglaublich populär den ganzen Sommer über. Sie können jetzt für einen Euro bestellen, wir schauen mal auf www.poll.de, was der normalerweise kostet. Ja, und dort sehen wir, normalerweise sind wir bei knapp 68 Euro für diesen Luftkühler. 168. Knapp 168 Euro für diesen Luftkühler, den Sie jetzt natürlich hier für nur einen einzigen Euro direkt mitbestellen können. Die Bestellnummer am besten direkt notieren. Die ist etwas länger, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann bekommen Sie hier eben den Luftkühler für nur einen einzigen Euro mit dazu und sparen ganze 168 Euro. Also das ist ja fantastisch, gerade jetzt im Sommer. Und Sie können es eben hier mit Ihrer eigenen Kombination betreiben. Also ich glaube, besser geht es gar nicht. Ja, wir hören gerade The Power. Das passt natürlich hervorragend in unsere Sendung. Nochmal, den Luftkühler bekommen Sie in einer einmaligen Aktion für einen Euro dazu, wenn Sie hier unser erstes Kraftwerk, unser erstes Solarkraftwerk sich holen. Alles kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Wir haben alles ablagerlieferbar. Wir haben Ihnen eben über den mobilen Einsatz gesprochen. Klar, den können Sie auch mitnehmen. In Schrebergarten, in Camping, an Strand, überall, den können Sie hier den Luftkühler mitnehmen. Und der kostet eben nicht fast 170 Euro, sondern nur einen Euro mehr. Dann kommt der Freihaus zu Ihnen. Willkommen zum nächsten Powerpack. Wir haben eben über den mobilen Einsatz gesprochen. Sprechen wir mal über festen Einbau. Also die 0% Mehrwertsteuervariante. Die 0% Mehrwertsteuervariante bedeutet, dass Sie das bei sich zu Hause anbauen. Und da geht es um das Solarpanel, was Sie fest anbauen müssen. Den Stromspeicher selber können Sie natürlich auf Ihrem Grundstück hinnehmen, wohin Sie wollen. Und da wollen wir mal eben drüber sprechen. Wollen wir mal rübergehen? Ja, super gerne. Also, ich habe jetzt eine Steckdose an einer Stelle, wo ich vorher keinen Strom hatte. Das Ganze besteht wieder aus diesem Stromspeicher und einem Solarpanel. Das Solarpanel habe ich ja hinten mal hingestellt. Da können Sie sehen, dass das wirklich sehr mobil ist. Das ist so, ja, ich möchte mal sagen, wie so ein Falttisch. Den kann man ganz einfach auseinanderfalten. Diana, hast du den Rekord oder Carsten? Carsten, weil sieben Sekunden. Sieben Sekunden. So schnell geht das auseinanderzufalten. Bei mir war sieben, fünf. Ich mache es mal langsam. Du hattest sieben, acht. Schauen Sie mal, so einfach geht das. Das kann ich dann hier hinstellen. Das hat Füße dran, dass es automatisch im richtigen Winkel zur Sonne steht. Und dann ist am Ende hier ein fünf Meter langes Kabel. Und Diana, willst du es mal installieren, unser Solarkraftwerk? Gerne, gerne. Das muss nämlich wirklich nur zusammengesteckt werden. Das kann man auch gar nicht falsch machen. Rot auf Rot, Schwarz auf Schwarz. Und zack, haben wir unser Solarkraftwerk in Betrieb. Und das ist jetzt an einer Stelle, Sie haben das gesehen, da war vorher keine Steckdose. Jetzt kann ich hier Geräte betreiben bis zu 2000 Watt. Wir gehen jetzt immer höher in der Leistung, die die Powerpacks bringen. Und natürlich auch in der Kapazität. Jetzt habe ich eine Steckdose hier an einer Stelle, wo ich vorher keine Steckdose hatte. Zum Beispiel in einem Gartenhäuschen. Das ist eine unglaublich praktische Sache, weil ich jetzt eben nicht einen Elektriker holen muss, der mir da Strom hinlegt. Ich liebe dieses Beispiel hier. Einfach aufs Gartenhaus mit dem Solarpanel. Das ist alles mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Sie haben ein fünf Meter langes Kabel. Und guck mal, da drin. So eine schöne Theke. So hübsch eingerichtet mit alles aus Holz. Jetzt haben wir da tatsächlich Strom. Ohne einem Elektriker Bescheid zu sagen. Ganz einfach selber gemacht. Ganz, ganz großer Komfort, den wir hier eben bekommen. Ich mag, dass das hier The Power im Hintergrund läuft. Das passt zu unserer Sendung, weil es geht um Strom. Diana, den anderen Vorteil, den wir noch haben, und ich habe dir da mal was hingelegt, ist, dass wir diese Steckdosen natürlich auch mitnehmen können auf unserem Grundstück. Safety first. Safety first, ganz genau. Das heißt, ich kann jetzt Gartengeräte zum Beispiel, steht hier fantastisch, Gartengeräte bei mir auf dem Grundstück, bei mir auf dem Grundstück, ganz einfach da benutzen. Na, kann ich gleich mit deinem Grundstück ausziehen? Dann mache ich das mit deinem. Dann kostet es zu viel, dass ich mache. Schauen Sie mal, so eine Heckenschere. Die kann ich jetzt ganz einfach ohne Verlängerungskabel da benutzen, wo ich sie brauche. Und das ist schon mal richtig viel Kraft, die jetzt hier durchkommt. Und jetzt ein bisschen Abstand. Okay, Moni, Vorsicht. Weißt du, was du da machst? Wahnsinn. Das ist richtig Kraft, oder? Und das alles mit, guck mal, und das ist wirklich so viel. Ich möchte nur zeigen, dass ich kann auch das selbst tragen. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ist alles transportabel. Also Sie können das jetzt tatsächlich bei sich irgendwo zu Hause anmachen, wo Sie vorher keinen Strom hatten und den Stromspeicher mit der 0% Mehrwertsteuervariante, wenn Sie das fest einbauen, den können Sie mitnehmen, wohin Sie wollen. Sie können das laden lassen und laden lassen und dann, denke ich, vielleicht mal zu Hause dann mein Entertainment Center da mit betreiben. Egal was, ich kann das ganz einfach statt Verlängerungskabel. Moni, haben deine Eltern einen Keller? Meine Eltern haben auch einen Keller, ja. Liegen da Verlängerungskabel? Ja, enorm viele, aber die sind schon alle, glaube ich, zu alt, wahrscheinlich schon Kabelbruch und das ist natürlich immer lästig. Und wie sauber sind die? Nicht sauber. Und wie viele Insekten sind da drin? Ja, einige bestimmt. Hat man hier natürlich nicht, das ist der Vorteil. Sie können einfach hier den Stromspeicher mitnehmen. Wie gesagt, Sie können es ja trotzdem fest installieren, das Solarpanel bei sich zu Hause, aber können dann hier den Stromspeicher, Ihre Steckdose mitnehmen. Das ist wirklich, wirklich fantastisch und das erspart natürlich ja auch die Verlängerungskabel. Das erspart die Verlängerungskabel. Es ist einfach super, super praktisch. Wir kriegen so viele Zuschriften, was die Leute alles damit machen können. Die meisten kaufen sich so eine Kombination aus dem einen oder anderen Grund. Wir haben jetzt Camping gehabt oder Outdoor, diese 19% Mehrwertsteuervariante. Jetzt haben wir die fest installierte, wo ich vorher keine Steckdose hatte. Aber wenn Sie so ein Powerpack mal haben, so eine Kombination, dann werden Sie feststellen, es gibt so viele Gelegenheiten, wo ich das anbringen kann. Hier zum Beispiel das Auto saugen. In wie vielen stocken wir uns so? Im zweiten, das wäre nicht möglich. Kannst du nicht mal mit Verlängerungskabel machen? Nee, da würde ich nicht ankommen. Und hier kannst du einfach den Staubsauger mit zu deinem Auto nehmen, einen richtigen Staubsauger und nicht so einen Handsauger, der nichts taugt. Kannst du den richtigen Staubsauger mitnehmen, brauchst dich nicht an der Tankstelle hier mit Leuten rumärgern, musst dich nicht hier mit so einem dreckigen Schlauch rumärgern und brauchst auch keinen Euro pro Benutzung bezahlen. Ganz einfach, es ist so komfortabel, sowas zu haben. Und Sie werden selber feststellen, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man das eben einsetzen kann. Und gerade diese Sache, dass ich jetzt eine Steckdose habe, wo ich vorher keine hatte, ist ein großer Grund, warum viele Leute das machen. Wir haben eine Zuschauerzuschrift, da hat sich einer in der Garage so ein Spielzimmer gebaut. Ja. Mit Beamer, mit Fernseher, mit Stereoanlage, mit Spielekonsole und eine Autorennbahn. Wow. Da war keine Steckdose vorher. Das ist doch klasse, oder? Das ist wirklich klasse. Das würde dir auch gefallen, oder? Ja, aber bei meinen Eltern, sie haben einen großen Garten. Papa hat ein Gartenhaus und dort benutzt solche Sachen, die ich gerade benutze. Und dort haben wir auch keinen Strom. Ja. Normalerweise nimmt man immer so viele Kabeln, immer durch das ganze Haus und den Garten. Aber hier, das kann wirklich sehr, sehr einfacher gehen als normaler ohne diese Kabel. Und diese Kabel nehmen so viel Platz und die auch gehen kaputt, dann du nachkaufst. Und das ist auch gefährlich, weil in den Garten, wir haben auch Wasser und Kinder sind dort und so weiter. Also das ist wirklich genial. Es ist einfach fantastisch. Also natürlich können Sie das auch mobil benutzen mit den 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wir zeigen Ihnen jetzt verschiedene Anwendungsgebiete bei jeder einzelnen Kombination. Sie können alle natürlich bei allen Anwendungsgebieten benutzen. Sie können auch das rote Powerpack, was wir Ihnen zuerst gezeigt haben, auch als neue Stromquelle benutzen und natürlich auch mit hin und her nehmen. Das ist auch ordentlich mit 1000 Watt. Hier sind wir eine ganze Ecke hochgegangen. Hier haben wir jetzt tatsächlich 2000 Watt, die wir hier benutzen können und die uns jederzeit zur Verfügung stehen. Der Preis ist auch nochmal sehr erwähnenswert. Das ist nämlich unser TV-Sonderpreis, den nur Sie bekommen hier als Pearl TV Zuschauer. Exklusiv, weil Sie jetzt Pearl TV schauen, kriegen Sie das. Den gibt es sonst nirgends auf der Webseite oder im Katalog. Bei uns gibt es diesen TV-Sonderpreis. Sie müssen allerdings schnell sein. Wir haben da ein Sonderkontingent noch, sage ich mal, dass Sie eben hier so viel Geld sparen können. Also wir hatten jetzt die Außenanwendung mit 19% Mehrwertsteuer. Jetzt haben wir die erste Heimanwendung. Aber warten Sie es ab, wir werden Ihnen noch viele, viele weitere Anwendungen zeigen. Es lohnt sich dran zu bleiben, natürlich hier mit dieser tollen Kombination. Das ist einer unserer meistverkauftesten Kombinationen hier. Hier sehen wir es nochmal im Outdoor-Bereich, am Campingmobil. Ich finde das einfach fantastisch, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das eben zu diesem Preis. Ja, der Preis ist hier wirklich ausschlaggebend. Sie müssen natürlich einfach schauen, wo Sie hier unsere Kombination einsetzen wollen mit unserem Stromspeicher. Und natürlich auch dem Solarpanel, weil Sie ja hier die Kombination bekommen. Und dann dementsprechend bestellen mit der 0% Mehrwertsteuervariante wäre das einmal die MW1007 und die 569. Die bestellen wir hier für diese fantastische Kombination. Damit sind Sie einfach wirklich unabhängig. Und das wollen wir doch sein. Wir haben alle Geräte, die wir gerne betreiben wollen. Und das zum Beispiel natürlich auch draußen. Und auch jetzt haben wir wieder unsere Sonderaktion für Sie. Unseren Luftkühler können Sie jetzt für nur einen einzigen Euro direkt mitbestellen. Und Ingo möchte den auch schon gerne haben. Ich sehe das schon. Ich stelle mal hin, er verdient seinen Platz hier vorne. Also ein wirklich tolles Gerät für mittlere bis große Räume. Einer unserer meistverkauften Luftkühler, den Sie jetzt für einen Euro mehr einfach zusätzlich bestellen können. Bitte nur einmal pro Bestellung. Natürlich haben wir da ein Kontingent nur, was wir jetzt beiseite gelegt haben für Sie. Wir haben die Aktion letzte Woche gestartet. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir etwas für einen Euro verkaufen, was normalerweise deutlich über 100 Euro kostet. Und Sie bekommen es für einen Euro geliefert mit einer langen Bestellnummer. Und da müssen Sie jetzt aufpassen auf die so lange Bestellnummer. Ja, und wir schauen uns jetzt auch gerade mal den Preis an bei Pearl.de, was der Luftkühler eigentlich kostet. Und dort sehen wir, wir sind eigentlich bei Pearl.de bei 168 Euro. Und Sie bezahlen hier einfach nur einen Euro, wenn Sie den Luftkühler direkt mitbestellen mit dieser Kombination. Das ist clever. Die Bestellnummer ist lang, aber am besten nehmen Sie sich jetzt direkt einen Stift zur Hand und schreiben die schon mal auf. Weil damit bekommen Sie hier diesen fantastischen Luftkühler. Jetzt gerade im Sommer ist es natürlich extrem warm, aber natürlich auch für viele weitere Jahre, weil dieser Luftkühler ist ja enorm klasse. Der sieht gut aus und der kann natürlich auch viel. Also egal, was Sie hier kaufen, das ist für viele, viele Jahre. Das ist beste Qualität hier. Und so ein Luftkühler, Carsten hat seinen Luftkühler, glaube ich, seit acht Jahren. Ja. Und benutzt ihn jetzt gerade wieder, weil es halt tatsächlich wieder warm und heiß ist. Tun Sie sich einen Gefallen, ein Euro mehr. Da muss man gar nicht nachdenken, oder? Nee, auf jeden Fall. Da kriegst du nicht mal eine Kugel Eis für. Ja, und ein Luftkühler für einen einzigen Euro. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ja, unglaublich. Unsere Sonderaktion. Aber wir haben natürlich noch mehr in petto. Wir gehen mal rüber zu unserem nächsten Paket. Das ist unser silbernes Monsterle, wie wir es mal genannt haben, als wir es ganz frisch hatten. Ein unglaublich tolle Kombination hier wieder. Sie bekommen das Powerpack hier mit diesem 240 Watt Solarpanel, was wir Ihnen eben schon gezeigt haben. Und jetzt können Sie hier tatsächlich Strom bis zu 2200 Watt rausnehmen. Also noch mal ein Stück mehr. Aber die Kapazität ist auch noch mal hochgegangen. Bei dem Schwarzen hatten wir eben eine Kapazität von so knapp 1500 Wattstunden. Hier haben wir jetzt eine Kapazität von 2300 Wattstunden. Das heißt, Sie können Ihre Geräte hier noch länger dran betreiben. Installation, Inbetriebnahme dieses Solarkraftwerks ist genauso einfach wie beim Schwarzen. Sie stecken einfach den gleichen Stecker hier in diesen rot-schwarzen Stecker rein. Und schon haben Sie Ihr Solarkraftwerk in Betrieb genommen. Die Anzeige hier ist unglaublich aussagekräftig. So eine Managementkonsole schon fast. Hier können wir sehen, wie viel Strom gerade entnommen wird. Hier können wir sehen, wie viel Strom zugeführt wird. Entweder über Netzteil oder über die Sonne. Hier können wir sehen, den Füllstand. Wir sind hier ziemlich gut dabei mit 97%. Oben können wir sehen, wie lange dauert es noch, bis es wieder vollgeladen ist. Und unten können wir sehen, was hier gerade angeschlossen ist. Wie lange kann das noch laufen? Brauchen Sie sich im Prinzip wenig Sorgen darum zu machen, weil es kommt ja sowieso immer wieder Strom. Man kann natürlich auch gleichzeitig hier Strom laden und entnehmen. Auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Und wir sind nach wie vor mobil damit. Kommen wir mal zur nächsten Anwendung hier. Die Anwendungen gelten für alle Powerpack-Kombinationen, die wir Ihnen hier zeigen. Wir reden nochmal vom Festeinbau. Reden wir mal über Strom sparen. Das kann man hiermit nämlich auch noch. Weil den Strom, den Sie hier rausnehmen, den brauchen Sie nicht Ihrem Energieversorger bezahlen. Den können Sie ganz einfach hier von der Sonne holen und Solarstrom ist umsonst. Hier wird der ganze Strom gespeichert und erzeugt. Und der steht Ihnen jetzt zur Verfügung mit einer unglaublichen Leistung. Reden wir mal von starken Energieverbrauchern. Und da haben wir hier etwas, was sehr viel Energie braucht. Das ist ein Haartrockner. Das ist mehr als 2000, oder? Der hat ein bisschen mehr als 2000, wenn man den ganz heiß macht. Und auch den können wir hier an unserem Stromspeicher betreiben. Das ist einfach ein Traum, ne? Guck mal. Ist das nicht irre? Hier können wir jetzt sehen, wie viel Watt gerade gezogen werden. Wir haben noch nicht auf voller Stärke hier. Nur mach mal richtig heiß den. 800 Watt. Ganz, ganz locker. Und der zuckt mich mal. Ja. Das heißt, du kannst hier wirklich so ziemlich alles, was... Tja, da hast du gerade geduscht. Ja, heute auf jeden Fall. Ja, es ist einfach fantastisch. Es ist eine sehr, sehr starke Stromquelle. Und das ist eben jetzt hier die Sache, womit Sie auch Strom sparen können. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten hier Ihre Waschmaschine reinstecken. Sie können hier einen Wäschetrockner reinstecken. Sie können ja im Prinzip alles hier bis zu 2200 Watt an diesem Gerät betreiben. Und dann ist Ihnen das egal, was der Strom kostet. Weil der Strom, den Sie hier rausziehen, ist solarerzeugt. Und Solarenergie fällt den ganzen Tag vom Himmel. Die verpufft ja. Und Sie müssen die im Prinzip nur einsammeln. Und die können die sich dann zunutze machen. Und das eben hier, den Strom, können Sie 24 Stunden am Tag benutzen. Der Strom, der aus unseren Powerpacks rauskommt, ist genau der gleiche Strom, der bei Ihnen aus der Steckdose kommt. Nur, dass der eben nichts kostet, weil er solarerzeugt ist. Sie können jetzt im Prinzip jedes Gerät mit Solarenergie betreiben. Das ist doch Wahnsinn. Und nochmal wieder zum Festeinbau. Hier sind wir jetzt beim Thema Strom sparen. Hängen Sie große Stromverbraucher rein. Dann brauchen Sie die nicht, Ihren teuren Energieversorger zu bezahlen, sondern Sie zahlen 0 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn Sie das clever machen, haben Sie sich die Anschaffungskosten so eine Anlage nach einiger Zeit refinanziert. Weil Sie jetzt eben nicht mehr so viel Geld für Waschgang ausgeben müssen. Diana, weißt du, ich habe dir mal erzählt, was ein Waschgang kostet. Ja, 60 Cent oder so. 60 Cent, wenn man richtig heiß wäscht. Das ist ohne Trockner. Und das ist nur einmal. Ich wäsche meine Sachen zum Beispiel jeden zweiten Tag. Wenn du das rechnen würdest, das ist schon wirklich eine Menge Geld am Ende des Monats. Also das macht wirklich, wirklich Sinn. Zum Beispiel, Sie haben Kinder, Sie spielen zum Beispiel Spielekonsole. Spielekonsole. Das auch zieht alles. Also so Spielekonsole, viele lassen die ja nachts laufen, weil sie ihren Spielstand nicht verlieren wollen. Aber das kostet jedes Mal jede Menge Geld. Auch wenn die nur 100 oder 200 Watt nehmen. Das ist Geld, was Sie bezahlen müssen. Wenn Sie das hier dran betreiben, kostet Sie das nichts. Wie oft wäschst du in der Woche, Moni? Ja, auch eigentlich jeden Tag bis alle zwei Tage. Da kommt immer enorm was zusammen. Ja. Und das ist natürlich wirklich praktisch, wenn man hier dann einfach mal seine Waschmaschine anschließen kann. Und sind wir doch mal ehrlich, wir haben alle nichts zu verschenken. Es wird alles teurer, wenn wir einkaufen gehen. Also ich war letztens wirklich sehr erschrocken. Ich hatte nur eine ganz kleine Menge eingekauft, aber dafür fast das Doppelte als früher bezahlt. Und auch wenn man tanken geht, es wird einfach alles teurer. Aber jetzt bei Ihrer Stromrechnung können wir was machen und Sie können jetzt auch aktiv werden. Deshalb nutzen Sie auf jeden Fall hier wirklich diese Kombination. Allein mit diesem wahnsinnig leistungsstarken Stromspeicher haben Sie so viele Möglichkeiten, so viele Geräte anzuschließen. Auch wenn es natürlich vielleicht die Waschmaschine ist, der Haarfön, vielleicht wie gesagt die Handys, die man laden möchte abends. Also das ist ja fantastisch. Und ich finde wirklich, man sollte das nutzen, weil am Strom kann man ja jetzt wirklich was machen. Und man kann jetzt selber aktiv werden. Deshalb sind diese Solaranlagen so populär bei uns, dass wir eben hier unseren Strom selber erzeugen können. Und das kostet nichts. Und das ist eben das Tolle hier dran, dass der Strom nichts kostet. Ein weiterer Anwendungsbereich ist natürlich, und das bitte ich Sie auch zu bedenken, dass Sie hier eine Stromquelle haben, die immer funktioniert. Jeden Tag wird diese Stromquelle neu geladen mit Solarstrom. Egal, was um uns herum passiert, auf diese Stromquelle kann ich mich verlassen. Und wir haben alle schon mal Stromausfälle mitgemacht. Diana, du hast auch einen Stromausfall erlebt schon. Ja, das war im Winter. Und das war spätabends, also nach der Arbeit. Ich war alleine, hatte so große Angst. Ich wusste nicht, wie lange geht diesen Stromfall. Das ist zwei Minuten, zwei Stunden, zwei Tage. Natürlich, das war sehr kalt. Ich hatte keine Heizung. Ich konnte Wasser nicht warm machen. Nichts. Mein WLAN-Router war auch aus. Keine Information? Nichts. Handy hatte auch vielleicht 20 Prozent, dass ich könnte gucken, dass andere Leute haben auch diesen Stromfall. Und das ist alles war, zum Beispiel ich war alleine. Okay, wenn Sie haben Familie, Sie haben Kinder, Großeltern. Das ist wirklich schrecklich, dass alle haben Angst. Und Sie müssen diese verantwortlich nehmen für ganze Familie. Und Sie müssen wissen, okay, vielleicht Stromfall geht jetzt zwei Tage, dann Kinder müssen was Warmes essen, was Warmes trinken. Natürlich, sie brauchen zum Beispiel Heizung, wenn das ist Winter. Oder etwas Cooles, wenn das ist, Kühlschrank zum Beispiel. Kühlschrank geht aus. Wir kaufen immer viel. Ich weiß nicht, wie meine Familie, wir haben zwei Kühlschränke, einen Keller, eine oben in der Küche. Und wir kaufen immer ein bisschen mehr, weil das ist ein bisschen günstiger, wie du weißt, wenn ihr kauft mehr. Und das alles geht kaputt. Das geht alles kaputt. Das ist alles wichtig. Wichtig ist, dass Sie bedenken, es ist immer irgendwo in Deutschland Stromausfall. Wenn Stromausfall ist, dann ist es auf einmal dunkel. Wenn Sie Pech haben, ist Ihr Handy auch noch leer. Ja, wir sehen es gerade mal. Das ist aktuell hier der ganze Stromausfall. Und hier sehen wir wirklich erschreckend viele Stromausfälle. Also die ganzen Punkte, die Sie auf der Karte sehen, sind wirklich gerade Orte, an denen gerade kein Strom ist. Die können uns gerade hier nicht sehen. Und das ist wirklich mal erschreckend gewesen. Also da muss man einfach was tun. Diana hat es gesagt, wenn man Familie hat und Kinder hat, dann ist man einfach in der Verantwortung, dass man hier vorsorgt. Und das können Sie jetzt eben auch tun. Und damit Sie dann auch nicht im Sommer schwitzen müssen, haben wir natürlich auch noch unseren Luftkühler, den Sie hier auch anschließen können. Das geht ja wunderbar. Der braucht ja nicht so viel was. Aber den können Sie jetzt für nur einen einzigen Euro auch wieder direkt mitbestellen. Schreiben Sie sich bitte auch gern wieder die Bestellnummer auf. Die ist nämlich etwas länger. Also am besten einen Stift holen und direkt notieren. Und das Modell ist ja wirklich mal enorm schick. Das ist enorm schick. Das ist eins unserer Spitzenmodelle, ganz, ganz klar. Für große Räume. Super schick, wenn Sie sich den von allen Seiten angucken. Der kostet normalerweise deutlich über 200 Euro. Den dürfen Sie jetzt einmal mit diesem Paket zusammen für einen Euro bestellen. Ein Design-Highlight. Auch hier Bedienfeld. Alles ist super schick. Sie können hier die Außentemperatur sehen und dann dementsprechend hier Ihre gewünschte Kühlleistung einstellen. Nochmal, wir schauen mal auf Pearl.de. Der kostet richtig viel Geld. Ist jeden Cent wert. Sie kriegen den jetzt für einen Euro. Und bei Pearl.de sehen wir, wir sind bei 233 Euro für diesen Luftkühler. Und Sie bekommen den eben jetzt hier für einen Euro. Können Sie den direkt mitbestellen? Bitte notieren Sie sich die Bestellnummer. Und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Sie können Ihren Luftkühler eben auch an unserem Stromspeicher direkt anschließen und dann jeden Tag hier genießen, weil es ist momentan natürlich extrem warm. Aber auch das ist natürlich wieder für mehrere Jahre gedacht. Damit haben Sie wirklich ein richtig schönes Modell. Und das ist fantastisch. Der kostet wirklich sehr viel. Bei Pearl.de haben wir es gerade gesehen. Ja, ist einer unserer Top-Seller. Den kriegen Sie heute für einen Euro. So, noch haben wir ihn verfügbar in unserer Sonderaktion. Letzte Woche haben wir mit der Sonderaktion angefangen. Ich glaube, die Hälfte ist schon weg. Da sollten Sie schnell sein. Sie kriegen nicht nur den TV-Sonderpreis für das Paket, sondern haben die Chance, hier diesen Luftkühler sich auch nur für einen Euro, einen Euro, weniger als eine Kugel Eis, sage ich mal, dazu zu bestellen. Irre Aktion. Das ist wirklich fantastisch. Aber wir haben es Ihnen gesagt, wir haben vier Pakete für Sie zusammengepackt. Und jetzt sind wir hier schon bei unserem vierten Paket angekommen. Das ist wirklich mal ein enorm klasse Stromspeicher. Den kann man nämlich jetzt auch ganz praktisch mitnehmen. Und der hat sogar 5 230-Volt-Steckdosenanschlüsse. Ja, die Leistung dieses Stromspeichers ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Hier können Sie Strom rausnehmen bis zu 3600 Watt. Ein Stromkreis bei uns zu Hause hat ungefähr 3600 Watt. Alles, was ich an einem Stromkreis zu Hause benutze, kann ich jetzt hier mobil benutzen, mitnehmen und immer wieder auch mit Strom nachfüllen, weil Sie auch noch die zwei 150 Watt Solarpanel dazu bekommen. Diana, das wiegt 40 Kilo und du schickerst das einfach hin und her. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich glaube, mein Koffer in den Urlaub war ein bisschen leichter. Aber das ist wirklich so Strom zum Mitnehmen. Sie können das immer zum Camping nehmen, Sie können das zu Hause nutzen. Bei Stromfallen natürlich, das ist das Erste, was nehmen Sie raus. Und diese fünf Steckdosen, das ist schon viel. Also das bedeutet, du kannst alles einschalten. Ja, wie viele Steckdosen hast du in der Küche? Zwei, glaube ich. Zwei. Ja, aber in der Küche hast du... Ich habe Kühlschrank, ich habe meine Kaffeemaschine, Wasserkocher, ich habe Toaster, Mixer, manchmal muss ich noch Mikrowelle, manchmal muss ich noch mein Handy dort laden. Das ist schon sieben, sieben Stück. Das ist überhaupt kein Problem für diesen Stromspeicher. Gleichzeitig können Sie viele Sachen davon benutzen. Große Stromfresser, hier jetzt solarbetrieben von diesem unglaublichen Powerpaket hier. Normalerweise sind wir hier in einem Bereich, wo man normalerweise von Notstromaggregaten spricht. Das heißt, diese großen Benzinverbrennungsmotoren, die einen Höllenlärm machen, die stinken und die man unbedingt draußen haben muss. Das hier können Sie nach drinnen stellen. Das ist elektrisch, das ist geräuschlos. Der hat einen kleinen Lüfter drin, der anfängt zu surren, wenn er überhitzt, wenn die Hitze zu groß wird. Aber den hören Sie wirklich nicht. Das ist nicht mal ein Rauschen. All unsere Powerpacks sind natürlich gegenüber Hitzung, Überspannung, all diese Sachen geschützt. Das heißt, Sie haben da sicheren Strom. All unsere Powerpacks liefern Ihnen den gleichen Strom, der normalerweise bei Ihnen zu Hause aus einer Steckdose kommt. Fassen wir noch mal zusammen die Vorteile. Mobil. Stell dir mal vor, du hast einen Stromkreis beim Camping, den du einfach so benutzen kannst. Wahnsinn. Irre, ne? Da kannst du nicht nur deine Stereoanlage anschließen, da kannst du noch eine Mikrowelle anschließen. Du kannst deinen Haartrockner anschließen. Mikrowelle. Du kannst deinen Fernseher. Ja, alle kochen auf dem Campingplatz, auf ihren Bunsenbrennern oder Gasbrennern. Sie haben hier ihr Doppelkochfeld. Sie haben hier ihr Doppelkochfeld. Sie haben ihre Mikrowelle dabei, können ein richtiges Festmahl machen. Sie haben eine Steckdose, und zwar einen kompletten Stromkreis in diesem Fall, wo Sie vorher keine Steckdose hatten. Das heißt, Räume, die keine Steckdose haben, haben plötzlich eine Steckdose. Und das ohne Installationsaufwand. Nochmal, die Solarpanel werden einfach nur reingesteckt. Das ist die komplette Installation und Inbetriebnahme. Sie können das mobil zu Hause mitnehmen. Wir reden hier von der 0% Mehrwertsteuervariante. Überlegen Sie mal, Sie können jetzt diese Stromquelle, die natürlich auch unglaublich viel Kapazität hat, können Sie einfach mitnehmen und dann stundenlang, tagelang im Garten sitzen und Fernsehen gucken. Beamer, Gartenparty, eine komplette Gartenparty kann man da mitschmeißen. Musikanlage, Lichtanlage, Kühlanlage. Alles mit diesem Gerät, ohne ein einziges Kabel zu verlegen, weil Sie Ihre fünf Steckdosen dabei haben. Als nächstes hatten wir, dass wir im Stromausfall, Schale eines Stromausfalls natürlich absolut sicher sind. Das heißt, wir haben hier einen kompletten Stromkreis, auf den man sich verlassen kann. Nochmal, Sie müssen nur das Solarpanel, oder in diesem Fall die beiden Solarpanel, fest installieren. Wenn Stromausfall ist, und das ist jetzt meinetwegen bei Ihnen im Gartenhaus oder in der Garage, dann holen Sie den einfach mit nach drinnen und haben dann einen kompletten Stromkreis zur Verfügung. All Ihre Nachbarn sitzen im Dunkeln, essen kaltes Dosenessen oder Brote. Sie haben hier den kompletten Haushalt noch zur Verfügung, im Falle eines Stromausfalls. Und natürlich können Sie hier wieder richtig große Energieversorger speisen. Ihre Waschmaschine, Ihre Trockenmaschine, Ihre Heckenschere, Ihre Mikrowelle, all diese Sachen brauchen sehr viel Strom. Ihren Haartrockner, das geht hier alles ohne Probleme. Der kann einen Haartrockner und eine Mikrowelle gleichzeitig machen. Das ist unglaublich hier. Und das Ganze auch noch mobil für den Außeneinsatz. Das ist einfach fantastisch. Moni, du hast mal erzählt von Bekannten, von denen, die ein Boot haben. Wie machen die ihren Strom? Ja, die müssen dann die ganze Zeit das Boot laufen lassen. Aber das ist natürlich immer enorm laut und verbraucht viel. Auch natürlich, wenn man ein Boot hat, ist das super praktisch, einfach ein Powerpack hier mitzunehmen. Stromspeicher und natürlich vielleicht auch mit dem Solarpanel. Ist ja auch nicht ganz so groß. Und dann kann man natürlich auch dort einfach Geräte anschließen. Das ist wirklich mal eine richtig praktische Kombination. Vor allem hier auch die leistungsstärkste, die wir hier Ihnen anbieten. Und ich finde diese Trolley-Funktion so klasse, dass man also diesen Stromspeicher auch immer mitnehmen kann. Gerade vielleicht auch als Frau, wenn man nicht so viel Kraft hat zum Tragen, kann man den einfach wie einen Koffer hin und her mitnehmen. Das ist wirklich klasse. Aber eben auch die Leistung, die überzeugt mich hier. Und eben auch mit den Solarpanels wieder wird das wieder aufgeladen. Das ist mal wirklich eine clevere Sache. Gerade auch natürlich beim Stromausfall. Wir haben es gesehen, passiert ganz schön oft. Passiert ständig. Überall in Deutschland ist irgendwo Stromausfall. Das ist Ihre Versicherung, eine einmalige Ausgabe. Versicherungen, normalerweise hat man Feuerversicherung, Hausratversicherung. All diese Versicherungen, die müssen Sie jedes Jahr bezahlen. Hoffentlich brauchen Sie die nie. Das ist Ihre einmalige Versicherung gegen Stromausfall. Und damit, gerade mit dem hier, sind Sie in einer Leistungsklasse. Wirklich, Sie haben einen kompletten Stromkreis weiterhin zur Verfügung. Überall ist es dunkel. Sie haben einen kompletten Stromkreis, auf den Sie sich verlassen können, weil er sich ja durch die Solarpanel immer wieder selber nachlädt. Unglaubliche Vorteile. All diese Anwendungsgebiete, die wir jetzt gesagt haben, bei denen hier, treffen natürlich auf all unsere Powerpack-Kombinationen zu. Das ist unser größter und leistungsstärkstes Paket hier. Wenn Sie das Beste vom Besten, das Größte vom Großen haben wollen, dann holen Sie sich dieses Paket hier. Es ist wirklich fantastisch. Ich habe nicht geglaubt, dass sowas überhaupt möglich ist, in der Leistungsklasse eines Notstromaggregats hier mit unseren Powerpacks unterwegs zu sein. Und das eben auch noch mobil. Das ist der Wahnsinn. Wir haben hier übrigens ja moderne Akkutechnologie, wie bei den fast allen, die wir Ihnen hier gezeigt haben, moderne Akkutechnologie verbaut. Das sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie sehr langlebig sind, geringe Selbstentladungen haben, sehr sicher sind vor allem auch. Ich habe noch nie gehört, dass hier ein Lithium-Eisenphosphat-Akkus selber Feuer gefangen hätte oder sowas, was bei den Lithium-Ionen-Akkus bei der älteren Technologie schon mal hört man schon mal. Wir haben vor allem eine Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bei diesen Akkus, die eben andere Akkus nicht haben. Wir können den 2.000, 3.000 Mal nachladen ohne Kapazitätsverlust. Wenn Sie sich ein neues Laptop holen oder ein neues Handy holen, dann ist es am Anfang, hält das viele, viele, viele Stunden. Nach einem Jahr noch die Hälfte, nach einem Jahr noch weniger. Hier haben wir Tausende von Ladezyklen und Sie haben immer noch die gleiche Kapazität mit dieser Technologie. Also es ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation hier. Wir haben die TV-Sonderpreise für Sie. Wir haben es ablagerlieferbar und Sie kriegen sogar auch hier, das zeigen wir Ihnen gleich auch noch, die Luftkühler für einen Euro dazu. Also nicht lange zögern, sondern direkt hier Ihre Bestellnummer aufschreiben. Entweder mobil dann gern hier mit der ZX-Variante bestellen oder natürlich auch mit der 0%-Variante für zu Hause im privaten Wohngebäude oder auch an angrenzenden Objekten. In dem Fall wäre das einmal die Bestellnummer, die MW 1113 und die 560 für diese fantastische und leistungsstarke Kombination aus diesen zwei Solarpanelen und eben hier unseren wahnsinnig leistungsstarken Stromspeicher. Das lohnt sich, kommt natürlich auch Versandkosten frei zu Ihnen. Aber ja, auch hier haben wir natürlich wieder unseren Luftkühler, den Sie jetzt für nur einen einzigen Euro direkt mitbestellen können. Ja, wie war der Preis? Ich glaube, über 230 Euro. 240, glaube ich. 240 fast. Den kriegen Sie für einen Euro zusammen, wenn Sie das hier bestellen. Können Sie sich den hier einmalig für einen Euro zusätzlich bestellen. Einer unserer Spitzenluftkühler, natürlich, es ist Sommer, es ist heiß. Sie werden den lieben, Sie werden den nicht nur dieses Jahr lieben, Sie werden ihn viele, viele Jahre lieben. Ein hochmoderner Luftkühler mit einem tollen Bedienfeld ganz einfach zu bedienen, der Ihnen große Räume richtig, richtig, in großen Räumen richtig Kühlung verschafft. Natürlich können Sie den auch mit nach draußen nehmen. Der hat keine Abgasschläuche wie eine Klimaanlage, braucht weniger Strom. Das einzige Verbrauchsmaterial, was er hat, ist ganz normales Leitungswasser. Und den gibt es jetzt nochmal zum TV-Sonderpreis als Zusatzartikel für nur einen einzigen Euro. Also am besten schnappen Sie sich direkt einen Stift und notieren sich die Bestellnummer, die ist etwas länger. Aber das lohnt sich natürlich hier, weil Sie eben für nur einen einzigen Euro diesen wahnsinnig schönen und leistungsstarken Luftkühler direkt mitbestellen können. Auch das ist natürlich nochmal ein Riesenvorteil. Auch diesen Luftkühler können Sie dann einfach hier mit Ihrer eigenen Solarenergie, die Sie hier tagtäglich gewinnen, betreiben. Das ist ja auch schon mal ein richtig gutes Gefühl, also am besten nicht lange zögern. Wir wissen nicht, wie lange wir diese Sonderaktion noch haben, denn die Nachfrage ist enorm groß. Also am besten direkt bestellen. Und wir werfen hier gerade nochmal einen Blick zu pearl.de. Dort sehen wir, für den Luftkühler bezahlt man sonst natürlich hier 233 Euro. Und Sie sparen hier einfach, weil Sie jetzt für nur einen einzigen Euro den mitbestellen können. Also ich bin wirklich richtig begeistert hier von dem Angebot. Unglaublich. Habe ich noch nie gesehen sowas. Ein Euro für einen 240 Euro Artikel. Wir fassen nochmal zusammen. Wir zeigen Ihnen die ganzen Artikel nochmal mit Bestellnummern. Die Anwendungsgebiete haben wir Ihnen gezeigt. Beim ersten hatten wir uns auf Außen konzentriert. Da haben wir die tolle Stereoanlage angemacht. Diana hat Musik für uns gemacht. Das ist Ihr Vorteil hier mit unserem roten Powerpack. Das gibt Ihnen bis zu 1000 Watt Leistung. 800 Wattstunden, wiegt nur 7 Kilo, ist ungefähr so groß wie ein Kosmetikkoffer. Damit haben Sie Ihr Solarkraftwerk zusammen. Ja und auch hier gibt es natürlich wieder zwei Varianten. Entweder mobil, dann gern mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. Und das macht in dem Fall natürlich auch auf jeden Fall Sinn, weil das super praktisch für unterwegs ist. Aber auch mit der 0% Mehrwertsteuervariante gibt es hier diesen Spitzen-TV-Sonderpreis von nur 789,99 Euro. In dem Fall wäre das einmal die Bestellnummer, die MB-1105. Und die 569 kommt dann auch versandkostenfrei bis zu Ihnen nach Hause geliefert. Also das ist natürlich auch nochmal enorm praktisch und klasse. Und dann hatten wir natürlich noch unsere zweite Kombination. Mit dieser Kombination hat Diana sogar eine Heckenschere betrieben. 2000 Watt, eine Heckenschere ist überhaupt kein Problem. 2000 Watt an zwei Stecklösen können Sie hier rausnehmen. Wir haben eine Kapazität von fast 1500 Wattstunden, die Ihnen immer zur Verfügung stehen, weil Sie immer wieder nachladen mit Ihrem eigenen mobilen Solar-Panel. Einfach nur zusammenstecken und Sie haben Ihr Solarkraftwerk. Der Strom kostet Sie 0 Cent, mobil oder fest eingebaut. Es ist eine fantastische Wahl, dieses schwarze Powerpack. Ja, und auch hier gibt es wieder zwei Varianten. Schauen Sie einfach, wo Sie es einsetzen wollen. Vielleicht im Campingbereich, vielleicht auf dem Boot, vielleicht auch im Schrebergarten. Was natürlich auch äußerst sinnvoll und praktisch ist, wenn man da einfach auch natürlich die Steckdose hat. Dann gern mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. In dem Fall die ZX-3145 und die 569. Und das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Oder vielleicht war auch unsere dritte Kombination was für Sie. Die hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Ja, unglaublich. 2.200 Watt kriegen Sie aus diesem Powerpack geht. Wieder mit dem 240 Watt Solar-Panel. Hier sehen wir mal so eine 0% Fest-Einbau bei Ihnen zu Hause. Jetzt haben Sie eine Steckdose, wo Sie vorher keine hatten. Die ist richtig, richtig kraftvoll. Wir haben uns einen Föhn reingesteckt. Da lacht unser Powerpack drüber hier. Wir haben gesehen, das geht alles bis zu 2.200 Watt mit einer riesengroßen Kapazität. Natürlich auch im Falle eines Stromausfalls. Also wenn das Ihre Variante sein soll, dann am besten jetzt auch direkt vom Hörer greifen und bestellen. Mit der 0% Mehrwertsteuervariante wäre das die Bestellnummer, die MB1003. Und die 569 kommt auch wieder versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und das auch wieder zum Spitzen-TV-Sonderpreis. Also lassen Sie sich die Chance nicht entgehen. Und denken Sie natürlich immer daran, den Luftkühler mitzubestellen für nur einen einzigen Euro. Aber wir hatten noch eine Kombination für Sie und die ist natürlich auch super. Ich glaube, damit gibt es nichts, was man nicht betreiben kann. Ja, 3600 Watt kriegen Sie heraus. Einen kompletten Stromkreis, den Sie mitnehmen können. Auf den Sie sich verlassen können. Den Sie plötzlich irgendwo haben, wo es vorher keinen Strom gab. Das Ganze zum TV-Sonderpreis. Zwei 150 Watt Solarmodule dazu. Unser größtes Powerpack, was wir haben. Die größte Kombination, das Beste vom Besten. Das ist hier unser schwarzes Powerpack. Das Ganze natürlich transportabel durch die Trolley-Funktion. So viele Gründe, sich sowas zu holen. Das ist das größte Paket, was wir Ihnen heute gezeigt haben. Und auch hier gibt es natürlich wieder zwei Varianten. Schauen Sie einfach, wo Sie es einsetzen wollen. In der 0% Mehrwertsteuer-Variante wäre das einmal die Bestellnummer, die MW 1113. Und die 569 auch hier wieder zum fantastischen TV-Sonderpreis von gerade mal 3.113,44 Euro. Kommt natürlich auch Versandkosten frei zu Ihnen. Und das ist natürlich auch ein ordentliches Paket hier mit den zwei Solarpanels und diesem Stromspeicher. Aber wie gesagt, die Versandkosten übernehmen wir. Aber denken Sie bitte dran, natürlich auch hier unseren Luftkühler für nur einen einzigen Euro direkt mitzubestellen. Egal, ob jetzt hier das erste Modell oder auch das zweite. Ich finde beide schön. Beide sind extrem leistungsstark. Da müssen Sie sich einfach entscheiden, hier für welche Kombination Sie sich auch entschieden haben. Ja, so viele Vorteile. Wir hoffen, wir haben Ihnen alles zeigen können. Es ist kinderleicht für einen, seinen eigenen Strom zu erzeugen. Sie können den TV-Sonderpreis bekommen und für einen Euro einen Luftkühler dazubekommen, der einfach zusätzlich da zusammengepackt wird. Freihaus zu Ihnen geliefert, jetzt ans Telefon.